Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen, jetzt in vierter Generation. Das wahrscheinlich älteste Startup in ganz Deutschland, weil wir uns in den vergangenen Jahrzehnten immer sehr sehr stark gewandelt haben. Seit über 25 Jahren produzieren wir nun Sonderpaletten und Sonderkisten, Sonderkonstruktionen. Solange es sich ums Holz dreht, sind wir immer mit dabei. Wir produzieren seit neuestem maschinell vollautomatisiert Paletten bis zu 4,30 Meter Länge und haben in den vergangenen Jahren aber auch Paletten mit zehn, elf oder zwölf Meter Länge produziert. Holz ist ein absolut super Naturprodukt, das hier bei uns in Deutschland wächst und genauso wie das Holz bei uns in den Wäldern wächst, möchten wir uns auch in Zukunft weiterentwickeln. Holz spielt logischerweise für uns eine ganz zentrale Rolle und das Faszinierende für uns an dem Naturprodukt Holz ist, dass wir vom Stamm bis zur Palette eigentlich keinen Abfall haben. Alles was bei uns anfällt, kann wiederverwertet werden. Wir können beispielsweise aus Abschnitten und aus Spänen Wärme erzeugen und das ist das, was uns antreibt, was uns ganz viel Spaß macht und warum wir auch weiterhin ganz viel oder ganz gerne mit Holz arbeiten möchten.